Musik Liebe Freunde von BUDEV, Jack Wheeler, wir haben jetzt da eine super, super Session gehabt. Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, super, super Musik. Jack Wheeler live in Austria. Ja, Jack Wheeler, I can not go to speak English, unsere Hörer wissen das. Darum haben wir ausgeborgt den Martin von die Havara, sie wisst ja die Havara's Music gelernt. So, lieber Jack Wheeler, so jetzt muss ich Deutsch sprechen, ich würde es gerade sagen, congratulations to this. Also ich will gratulieren, war eine super Vorstellung, hat uns irrsinnig gut gefallen und was ich dann auch noch wissen will in dem Zug, ob er extra wegen dem Auftritt hier nach Wien gekommen ist. So, congratulations for the show, it was a very big show, we enjoyed it very much. Did you come extra to Vienna for this show? Yeah, Kurt and Günther invited me here and it's a great pleasure to be with people like you guys, I had fun and thank you for the invitation. Also er ist extra wegen dem Geek hergekommen, Günther hat ihn eingeladen vom LCR Radio und er hat es sehr genossen hier zu sein mit den ganzen Line Dancern und er bedankt sich sehr für die Einladung. Ja, ich muss ja gestehen, ich hab Jack Wheeler das erste Mal live oder wir waren in der Pullman City, dort haben wir Jack Wheeler das erste Mal live gehört, wir waren schon dort sehr begeistert und vielleicht kann er noch ganz kurz erzählen, er ist ja hauptamtlich glaube ich in der Pullman City engagiert und eher selten unterwegs oder wie das kurz geht, also in kurzen Worten bitte. So, sie sahen dich für die erste Mal in Pullman City und haben sie sehr viel gefühlt da und ließt es. So, ihr seid in Pullman City gearbeitet oder ihr seid da für sie? So, wie funktioniert das da? So, wie funktioniert das da? So, wie funktioniert das da? So, wenn meine Frau und ich zurückgekommen, wir leben in Mexiko, wir leben in Mexiko für ein paar Mal, und ich habe eine Europäische Tour, nachdem ich eine CD produziert, mit nur originalen Songs. Und der Manager von Pullman City sah die Advertisung, dass ich hier in Europa sein werde, und er fragte mich, ob ich in Pullman möchte, aber ich wusste nicht, dass es für eine lange Zeit sein wird, für eine ganze Saison. Aber Pullman war so kind für mich, ich war hier vorhin in Pullman, also sie waren so gut für mich, und ich versuche, mich länger zu bleiben, um alle alten Freunde zu unterstützen, um meine Stadt zu unterstützen. Okay. So, sie lebten in Mexiko, und... Ah, Deutsch. Sie kamen von Mexiko, hier, wo sie leben, und wurden hier in Pullman City engagiert. Und es wurde dann eine ganze Saison draus. So, du wirst nicht wissen, dass es für eine ganze Saison war, oder du wirst, dass es für eine ganze Saison war? Nein, sie fragten mich, ob ich in Pullman kann. Ich dachte, ich werde die Tour in Pullman starten, und vielleicht werde ich die Tour in Pullman finish in Pullman. Und dann, Teddy, der Manager, sagte, nein, 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 nein. Wir dachten, dass du die ganze Saison bleiben solltest. Und ich sagte, naja, naja, ich denke, aber... Du kamst hier nur für ein Konzert, und dann dachtest du, dass du nach Europa gehst. Ja. Und dann sagst du, nein, nein, du bist hier. Ja, das ist passiert. Und ich dachte, well, actually, Pullman ist eine gute Basis, um in Deutschland zu sein, und um in Deutschland zu sein, um alle alten Freunde zu treffen. Und es gibt mir die Möglichkeit... Ja. Ja, ja, ja. Er kam nach, er dachte, Pullman City wäre ein guter Start für die Europatournee und wollte seine CD promoten. Und dann wurde eine ganze Saison draus, und dann ist er dort geblieben. Und die alten Freunde wieder getroffen hier. Das war dann der Grund, warum er dann hier geblieben ist. Und dann kamst du hier in Pullman City, und dann kamst du die Europatour, oder? Und dann kamst du das? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich möchte noch ein Tour gehen. Meine Hände sind ein bisschen tiefer, weil ich muss in Pullman sein. Aber ich habe ein paar Spiele, wie die Harley-Stampied, die haben und die US-Karte. Und dann habe ich mehr Zeit, um rauszukommen. Und... Well, Austria ist nicht zu weit von Pullman. Wenn die Leute mich nennen, dann bin ich mehr glücklich, dass ich hier bin. Okay. Wenn Sie mich nennen. Entschuldigung, wir müssen das kümmern. Ich habe vergessen, was du gesagt hast. Ja, ich kann doch ein Lied singen oder so. Während du nachdenkst, noch einmal... Jack Wheeler... Aha, wie viele CDs gibt es überhaupt? Wie viele CDs habt ihr? Ich habe nur eine Original, die ich geschrieben habe. Diese eine CD, wo nur die Lieder oben sind, die er geschrieben hat. Und ich arbeite an der neuen Pullman CD. Die Mainstreet Song CD. Und er arbeitet an der nächsten CD mit den Liedern, die er auch in der Pullman CD spielt. Also, diese an der Pullman CD sind originalen Songs oder die Covers? Nein, nein. Diese CD hat nur originalen Songs, die ich habe. Ja, diese. Und dieses Jahr... Okay. Ähm, diese Saison wird eine zweite CD herauskommen. Hauptsächlich mit Liedern von Filmen, Westernfilmen. Und er wird sehr einzigartig sein. Ja, ganz interessant und sicher bei LCR Radio zu hören. Ich muss sagen, Jack Wheeler hat sicher viele, viele neue Fans gewonnen. Ich weiß, sie sind auch nicht von unseren Damen, die auch hier stehen. Und ich muss sagen, guter Musiker, super Gitarrist, wahnsinnig geile Stimme und vor allem irrsinniger sympathischer Mensch. Okay. You got it. I got it. And thank you so much. It was a great pleasure to be here. And it's easy to be good on the stage if you have a great audience. I love you guys. Thank you. Und eins muss ich sagen, in eigener Sache, Jack Wheeler. Und ich muss jetzt ganz kurz, ganz kurz... Wir haben ja ein bisschen Werbung in eigener Sache. Was glaubt ihr, von wem diese Karten da sind? He took that picture as well. That's alright. That's his logo actually. He took that picture, surprisingly. Really good picture of Lee. Thank you very much. Thank you, thank you so much. Gut, wir müssen noch kurz verabschieden. Nur mehr wünschen einmal, gute Heimreise. Danke, war ganz ein super Erlebnis. Komm gut nach Hause. Wir sehen sie 2016 sicher wieder in der Pullman City. Wir haben sogar schon Zimmer reserviert wieder. Okay, so, thank you very much for being here. They wish you a good trip home. And they see each other, or you will see them, or both of you will see each other definitely 2016 in Pullman City. They also already reserved the rooms. I hope so. Thank you. I'll see you there. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. Ja, und wir schauen immer noch im Finden. Ist ich gerade, oder? Herr Haas steht da hinten, unser Chef von LCR. Thank you. We must, with LCR Radio Man, bissl noch. Thank you. Gut, Haasi, komm her gleich. Waren wir schön Haasi gutter da haben. Jack Wheeler, war eine super Veranstaltung, war ganz, ganz toll. Wahnsinn. Ich bin ja immer sprachlos, weil ich habe heute schon angeräumt, aber das ist nur nebenbei. Aber es war eine tolle Veranstaltung. Es waren auch alle Leute da, was wir vorbestellt haben, was auch selten ist. Und ich habe nur Lob gehört. Ja. Also, ich kann gar nicht sagen, was ich denn sagen habe. Es ist einfach super. Ein wirklich super Tag, erfolgreich und danke. Ich muss sagen, eine super Idee und du hast es gut gemacht, dass du Jack Wheeler nach Österreich geholt hast. Ja, es war toll und ich freue mich auch, dass das Team von Country Revolution da jetzt eine Filmaufnahme macht, für PoTV Arbeit. Ich weiß nicht, habt ihr zwei Gesteuerkarten oder was? Also, wir arbeiten momentan für, nein, Country Radio Revolution für LCR. Nein, falsch. Country Radio Revolution für PoTV im Auftrag von LCR Radio. Oder so irgendwie. Oder so irgendwie. Und kann man das mischen? Wir mischen. Haasi, wer kommt als nächster? Wem hören wir bei dir? Wem sagen wir bei dir als nächstes? Am 16.04. haben wir die U.S. Am 21. Mai heuer haben wir das Country Musical. Am 4.06. haben wir Doc Tom und die Bandits am Lisinger Platz. Und für Herbst haben wir auch was geplant, aber da warst du mehr mit dem Einroll vielleicht, dass wir da was machen. Der nächste Amerikaner, der zu uns kommt. Außerdem hat mich wer gefragt, wie ich zu einem Jack Wheeler komme. Sag ich, das ist ganz einfach. Du fährst nach Polman City, setzt dich hin, redest nichts. Da kommt auf dich zu und sagt, darf ich bei dir spielen und ich gebe dir 200er. Ja. Ja, nicht schlecht. Also so kann man es nicht auch machen. Ja. Ist die einfachste Art. Ja. Gut. Was gibt es da jetzt noch? Freies Tanzen bis in die frühen Morgenstunden? Ja, jetzt tanzen wir noch ein freies Tanzen ein bisschen. Und dann wird die Saison langsam abklingen. Und es war ein toller Tag. Ich glaube, ich werde gut schlafen heute. Ja. Und ich freue mich, dass alle Freunde da sind und es ist ein Wahnsinn. Ich kann nur sagen, was ich immer sage, Musik verbindet. Ja. Es ist uns auch gelungen, eine alte Feindschaft zu begraben dort. Ist auch da begraben worden. Es sind Freundschaften geschlossen. Was willst du mehr? Ja. Es gibt nichts Schöners. Es gibt nichts Schöners. Gut. Danke, Harst Günther. Mir bleibt nichts anderes über, um sich zu verabschieden von einem super, super Abend hier live in Wien. Jack Wheeler aus der Pullman City. Bedanken möchte ich mich noch beim Martin von den Havaras, der uns so toll gemanagt hat. Und was ganz leidend ist, ihr seht das jetzt leider nicht, aber vielleicht gibt es da Fotos. Wir haben ein Kabelkind, das ist die Nikita, was die Nina ist. Wir haben eine Beleuchtungsdame, das ist die Ilse und unser Kamerakind natürlich die Silvia. Wir wünschen euch mit dieser kleinen Zusammenfassung noch einmal recht, recht viel Spaß. War ein ganz toller Abend. Und wir sehen Sie sicher recht bald wieder bei ProTV. Pfiat euch, Babaci, bis zum nächsten Mal. Warte, ich will noch was. Danke. Danke auch für die tolle Unterstützung an euch alle. Ja, recht herzlichen Dank, das war's. Und wir gehen wieder zurück ins Studio. Naja, das war jetzt etwas falsch. Dankeschön.